Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. Ich habe jetzt gerade die exekutive Entscheidung getroffen, mich etwas leiser zu machen, da ich gerade in die erste Folge ein bisschen reingehaucht habe und ich das Spiel, glaube ich, etwas zu sehr übertönt habe und mein Mikrofon etwas zu sehr überdreht war. Ich hoffe, das stört nicht allzu viel. Wenn es euch so besser gefällt, einfach ein Like hinterlassen oder in die Kommentare schreiben. Oder ob ich mich wieder ein bisschen lauter machen soll, werde ich schon irgendwie rausfinden. Ich hoffe, dass ich den Sound des Spiels wieder angestellt habe. Wurden wir schon sehen. Aber zur Zeit ist es hier irgendwie ganz ruhig. Das ist natürlich eher suboptimal, speichere ich es lieber mal. AP1, ist ja auch wurscht. Gut, in der letzten Folge haben wir geschafft, zwei Missionen zu absolvieren. Hier einmal die Höhe von 5000 Meter zu erreichen und dann noch zusätzlich überhaupt irgendwas zu starten. Haben wir beides geschafft. Das lösche ich auch die Nachricht. Und jetzt haben wir relativ viele Missionen. Aber ich glaube, hier waren zwei, die ich mit meiner jetzigen Rakete schon machen kann. Nämlich einerseits den Fallschirm testen und andererseits die Solid Fuel Engine testen. Ne, nicht die Solid Fuel Engine, sondern irgendeine andere Solid Fuel Engine. Äh, wenn ich dann die Mission finden würde. Oder vielleicht doch diese Solid Fuel Engine. Das kann schon sein. Wurden wir sehen. Also zumindest den Fallschirm durften wir testen können. Ah, jetzt ist wieder Musik da. Und ich glaube, ich habe meine Wissenschaftspunkte ausgegeben. Von dem her sollten wir jetzt auch neue Teile zur Verfügung haben. Ja, einen riesigen Solid Fuel Booster, den ich noch nicht verwenden werde. Ein paar Liquid Fuel Tanks, die auch noch relativ uninteressant sind. Und hier ein Separator 1. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Solid Fuel Booster, der nicht viel Boost gibt, aber für kleine Manöver geeignet ist. Und hier haben wir dann noch neue Decoupler, die wir testen müssen, ja. Okay, und hier haben wir noch Wissenschaftszeug dazu gekriegt. Zum einen dieses Mystery Guru, mit denen kann man wissenschaftliche Tests machen. Von dem her haue ich das hier gleich zweimal davon drauf. Und zwar auf den oberen Teil unseres Flugzeuges, damit die dann beim Runterfallen nicht mit dieser Engine explodieren. Und sonst haben wir, hier können wir Sub-Assemblies, brauchen wir nicht. Ich glaube, hier darf ich jetzt einen neuen Mark zu machen. Solid Prototype Mark 1. Ach, nennen wir es einfach Mark 2, Mark 2 und speichern es. Und unser Staging passt noch. Von dem her, auf geht's mit dieser Rakete. Und wir sollten hier auch gleich mit dem Kuh was machen können, nämlich hier ihn observen. Und dafür würden wir gleich drei Science-Punkte kriegen. Drei Wissenschaftspunkte, also nehmen wir das mit. Der ist noch nicht observed. Den observen wir dann, beobachten wir erst im Flug. Gut, und das war jetzt genau so ein Start wie in der vorherigen Folge. Machen wir ein Go. Das ist an sich die wichtigste. Nein, ich habe keine Ahnung. Habe ich schon hier irgendwas abgeschlossen? Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Da haben wir was abgeschlossen. Oder vielleicht doch nicht? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas werden wir schon abschließen. Ich bräuchte den Fallschirm-Test hier. Das müsste ich beobachten. Da ist der Fallschirm-Test. Dafür sind wir jetzt schon zu hoch. Jetzt müssen wir warten, bis wir unseren höchsten Punkt erreichen. Und dann gucken wir uns wieder den Gu an. Der ungefähr bei 16.000 liegt, der höchste Punkt. Was wir gleich erreichen sollten. Ja, okay. Schauen wir uns ihn hier an. The Gu jiggles and wobbles as the craft flies. Und dafür kriegen wir sieben Wissenschaft. Ist gekauft. Und jetzt geht es wieder zurück. Auf die Erde. Nach Körben. Geben wir ein bisschen Gas. Uh, aber nicht zu viel. Ich muss aufpassen. Ich habe den Parachute vergessen zu aktivieren. Da hat es ganz kurz aktiviert. Nehmen wir einfach mal hier. Ich habe zu viele Missionen angenommen. Okay, in dem Flug, äh, kriegen wir keine Missionen. Oh, 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 oh. Gut, ich hatte Angst, dass das Teil jetzt irgendwie nicht funktioniert. Und der Fallschirm nicht aufgeht. Aber es hat doch funktioniert. Vielen Dank. Und wir landen auf einem Gebäude, so wie es ausschaut. Kannst du mal ein bisschen langsamer werden? Oh. Und alles hat überlebt. Kann ich hier auch aussteigen? Ja, kann ich. Na, dafür sollte ich aber auch verlangsamen. Und jetzt sind wir hier auf dem Gebäude unterwegs. Haben wir sehr schön gelandet. Können wir hier auch ein neues Surface Sample mitnehmen? Ne, wir sind immer noch mit Dreck unterwegs. Sollten wir nicht mitnehmen. Und EVA Report. Nehmen wir den mit. Der hört sich gut an. Und wir können eine Flagge hinstellen. Gut, stellen wir eine Flagge hin. Hey! Hey! Weltraumhafen. Schreibt mal Hafen so? Ich behaupte ja einfach mal. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz so sicher. Wozu habe ich eigentlich studiert? Wenn ich nicht mal schreiben kann. Okay. Und wieder zurück in unsere Spacecraft. In unsere Kapsel. Und das Ganze wieder recovern. Wir haben zumindest ganz viel Wissenschaft dafür gekriegt. Aber keine Aufgabe erledigt. Was relativ schlecht ist. Noch mehr Reputation erhalten. Das war eine schlechte Mission. Muss ich zugeben. Was zwischen 13.6 und 2.2. Und wir sollen einen Solid Fuel Booster. Zwischen 31.000 und 6.700 testen. Okay, ich glaube dafür müssen wir die Rakete etwas abändern. Indem wir hier. Einen Stack-Di-Kabla einbauen. Und diese Rakete mehr Stage machen. Mehr Stagic. Ich weiß nicht wie das in Deutsch heißt. Und dann hier noch einen kleinen Fuel Tank. Und eine Liquid Fuel Engine dran pflanzen. Dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Schaut schön aus. Okay. Das ist jetzt wirklich der Mark II. Und dadurch sollten wir, glaube ich, Missionen erfolgreich beenden können. Den Gu bräuchte ich, glaube ich, nicht mehr. Aber nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Okay. Und unsere Rakete steht noch. Das war zumindest mal ein Erfolg. Okay, unsere erste Mission, die wir machen, ist hier den RT10 bei 31.000 Meter zu zünden. Und dann stellen wir erst mal die Geschwindigkeit unseres Flicks. No, danke. Ist hier irgendwas auf dem Desk, was, ja, nicht wirklich, was böse ist? Vielleicht kann er sein. Kann ich mich selber nicht aus. Und jetzt ist die Musik wieder weg. Ich habe zu häufig auf die Shift-Taste gedrückt. Erstmal noch einen Schluck Kaffee, bevor das Ganze losgeht. Und auf geht's. Muss ich das hier ein bisschen monitoren? Warum ist jetzt hier alles wieder geschlossen? Ich glaube, ich kann ein bisschen mehr Gas geben. Und ich muss auf die 31.000 Meter kommen. Dafür habe ich, glaube ich, zu wenig Fuel mit dabei. Ja, eindeutig. Ja, das war nicht sehr erfolgreich. Darum muss ich einen größeren Tank mitnehmen. Um das zu testen. Aber wir können... Höchstwahrscheinlich diesmal den Fallschirm testen. Wie hoch kommen wir denn diesmal mit diesem kleinen Boost, den wir gekriegt haben? Sehen wir noch nicht. Aber wir kommen, glaube ich, aus der Atmosphäre raus. Ne. Aber relativ hoch. Ist ansehnlich. Schauen wir... Lassen wir da ein bisschen Zeit vergehen. Damit wir hier nicht allzu... Uh, ich habe irgendwas... Ah, die Mission, dass ich 22.000 Meter reich... ...habe ich erfüllt. Und... Ja, jetzt muss ich bloß noch auf den Parachute aufpassen. Damit ich den rechtzeitig finde. Aber ich glaube, ich kann dir noch weiter Gas geben, bis es wieder nach unten fliegt. Jetzt und ab 22.000 Kilometer muss ich den Parachute einfach sagen... Hey. Du musst jetzt... Na, jetzt sind wir gerade noch zu schnell unterwegs. Können wir auch ein bisschen langsamer werden, bitte? Shit. Okay. Das hat nicht so ganz funktioniert. Aber wir landen diesmal im Wasser. Wupp. Naja. Wir haben zumindest gemerkt, dass das Liquid Fuel nicht ganz ausgereicht hat. Müssen wir etwas mehr mitnehmen. Und wir können ein bisschen schwimmen gehen. Will ich das? Nein, will ich nicht. Es dauert zu lange, den Jebediah dann wieder zurückzubringen. Wir haben ein bisschen Wissenschaft mitgebracht. Und ja. Ganz viel Geld wieder eingesammelt von dem Part. Und sind zumindest noch auf 70.000 Geldeinheiten. Was das auch immer ist. Und wir haben etwas gelernt, was wir an unserer Rakete verändern müssen. Nämlich hier das Teil rausnehmen. Und einen größeren Fuel Tank. Ich glaube, der würde schon ausreichen. Okay. Und ihr könnt auch weg. Wieder das Teil speichern. Und auf die Startfläche damit. Und auf geht die wilde Fahrt. Eine kleine Änderung führt hoffentlich zum Erfolg. Den Parachute-Test habe ich versagt. Schauen wir hier diesen Test an. Wow. Sowas passiert, wenn man das Staging nicht hundertprozentig hingeht. Nicht überprüft, bevor man startet. Dann macht die Rakete sinnlose Sachen, die keinen Sinn ergeben. Okay. Gas geben. Geben wir volle 100% Gas. Und schauen uns wieder den wichtigen Test an. Auf den Solid-Fuel. Wenn der denn... Bei 3000 Meter. Diesmal haben wir ein bisschen mehr Fuel mit dabei. Und unsere Rakete kommt etwas ab. Ich muss bloß auf die 3000 Meter kommen. Rakete, nicht abkommen. Nein, 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 nein. Nein. Okay. Abbruch, Abbruch. Rakete, lass uns in Ruhe. Okay. Und dich ziehen wir jetzt einfach nach vorne. Und aktivieren dich. Deploy Shoot. Yes, please. Das ist etwas daneben gegangen. Ich glaube, da muss ich hier unten irgendwas anstellen. SAS. No. RCS ist das richtige. Herrlich. Okay. Ja, und Recovern wieder. Ich hätte es auch resetten können, aber man muss hier für seine Fehler auch bezahlen. Von dem her ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier so ein bisschen für seine Fehler was hinzuklettern. Probieren wir das Ganze nochmal und stellen diesmal den RCS ein. Ich glaube, der versucht dann unsere Orientierung stabil zu halten. Wieder das Staging verkackt. Das sollte ich im Assembly Building neu machen. RCS ein oder SAS. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, RCS ist schon das Richtige. Ja. Diesmal bleiben wir auch gerade. Können, glaube ich, etwas mehr Gas geben. Oder etwas weniger. Ich bin mir da nie so sicher. Und jetzt schauen wir uns hier wieder unsere... Die Rakete stabil halten. Was ich nicht hinkriege. Dammit. Okay, RCS hat nichts geschafft. Nichts gebracht. Und weg mit dir, bitte. Und wieder den Fallschirm deployen. Komm her. Deploy Parachute. Und wieder Gas geben. Ja, ich glaube, das passiert noch ein paar Mal, bis ich es hinkriege, dieses Teil stabil zu halten. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu schnell rufe, oder was ich da für einen Scheiß mache. Aber irgendwas ist, 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 funktioniert hier nicht. Ah, hier könnten wir auch, wie wir, to launch. Diesmal haben wir auch einen katastrophalen Fehler, von dem her. Wie werden wir das, damit wir auch genügend Geld haben? Okay, ich versuche es jetzt einfach mal mit weniger Gas geben. RCS ein. Let's fail at Kerbel Space Program. Eine neue Stage, please. Und dich da hin. RCS ein. Und Gas geben. Diesmal schön langsamer. Ich glaube, das ist von der Geschwindigkeit ganz gut. Wir geben noch Gas. Erst wenn wir kein Gas, jetzt dürfen wir etwas mehr Gas geben. Und wir kommen etwas vom optimalen Pfad ab. Immer noch etwas mehr Gas geben. Immer noch etwas. Uuuh. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich gerade falsch mache. Ja, aber das können wir wieder re-re-warten. Irgendwas mache ich gerade falsch. Schauen wir mal, ob wir... Ne, ich glaube, es ist SAS, was ich aktivieren muss. Ich bin mir nicht hundertpro sicher. Aber ich glaube, es ist SAS. Aber hier gibt es Flügelchen, die sorgen für Stabilität. Von dem her erforsche ich das einfach mal. Und ändere meine Rakete etwas ab mit Flügelchen diesmal. Und hoffe, dass das was hilft. Ich würde gern drei Flügelchen haben. Und ja, hört sich gut an. Diesmal schaut es auch etwas hübscher aus. Speichern und auf geht's. Schauen wir, ob die Flügelchen was geholfen haben. Das ist mehr oder weniger Raketentuning hier gerade. Und ja. Warum sagt mir niemand, dass ich das Staging immer noch nicht korrekt gesetzt habe? Das kann doch nicht so schwierig sein. Okay. Diesmal. Aber. Oh Gott. Das ist eine Episode, die bloß aus Fails besteht. Und jetzt geben wir hier nochmal Gas. Ja. Bitte. ACS. Ich weiß nicht, ob ACS das Richtige ist. Oder ob wir SAS brauchen. Aber irgendwie schaut das gerade ein bisschen stabiler aus, was ich mache. Jetzt müssen wir auf die 3000 Meter und auf die gewünschte Geschwindigkeit kommen. Aber das geht gar nicht so leicht, das Teil stabil zu halten. Das bewegt sich ja gar nicht so, wie ich das will. Ja. Wir haben einen Test geschafft. Ja. Auch mit mehr Glück als Verstand. Okay. Und dem Parachute. Parachute. Kann ich an sich gleich aktivieren, wenn ich die 13... Nein, wir sind zu schnell unterwegs. Dammit. Hör auf, hör auf. Wir müssen bloß auf die 13.000 kommen. Oh Gott. Beim Austritt werden wir unter Feuer gesetzt. Heilige Scheiße. Wo fliegen wir hin? Okay. Oh, das Teil könnte ich jetzt auch noch diekappeln. Aber wie man sieht, ist dieses Spiel nicht ganz so einfach. Schauen wir mal, ob wir auf dem Rückweg die Bedingungen erfüllen, um... Ui. Stabilisier dich mal. SAS. Kann ich das auch irgendwie locken, dass ich nur SAS anhab? Aber anscheinend nicht. Ich weiß nicht. RCS oder SAS? Welcher von beiden es ist? Wow. Ne, das kann ich immer machen. SAS scheint mich irgendwie zu stabilisieren. Und jetzt müssen wir auf die 22.000 Meter warten und hoffen, dass wir langsam beziehungsweise schnell genug sind. Wir werden zu schnell dafür sein. Es ist gar nicht so einfach hier. U, 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 U. 22.000. Jetzt haben wir die 22.000. Kriegen wir noch einen geringeren Speed zusammen. Ne, kriegen wir nicht. Da kann man Geld dabei rauswerfen, wenn man so einen Scheiß baut. Aber zumindest haben wir es diesmal geschafft, zwei Missionen zu erfüllen. Dann kann ich hier erstmal den Parachute deployen und wieder etwas Gas geben. Und, ja. Was schaut einigermaßen erfolgreich aus? Ich hätte zwar am liebsten mehr Erfolg gehabt, aber man kann ja nicht alles haben. Okay, und unser Booster hat überlebt. Diesmal schaut alles hübsch aus. Sind wir doch fröhlich damit und we coveren die Vessel. Unsere Rakete wieder zurück. Und was haben wir dafür gekriegt? Wir haben, glaube ich, Geld verloren. 6.000 oder so. Aber, ja. Wir haben neun Wissenschaftler zugekriegt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber zwei Aufträge erfüllt. Gut. Das war's für heute. Wenn's euch gefallen hat, ein Like hinterlassen. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonnieren. Und wenn's euch nicht gefallen hat, das Liken, Kommentar schreiben oder auch so Kommentar schreiben. Wenn's euch gefallen hat und ihr irgendwelche Verbesserungsverschläge habt, sagen wir euch der Sound gefallen hat. Und ich hoffe, man sieht sich das nächste Mal wieder. Tschüss.